Im Nordenbischof ist der Kummerer Meierbischof und er hat gemacht zu dem Assoff. Er hat zwischen den Frankisten und dem Handel der Ehrliche Gitten eine Chor gemacht. Ich habe von den Frankisten hergebracht, die von der Niedischen Seite, die Döller hat doch, und er hat immer schämt wird mir gerufen, weil er heute konnte fremde Sprachen klopfen. Die Frankisten haben dann gehörter Grüße, mein Pauli von Ort, und er hat bei sich aufgeschüttet, bei jedem Einen von sich er habe gebohrt. Sie haben die Schande nicht gekonnt leiden und sie ihr Glauben getan bei dir. Ach, meine Damen und Herren, Kirfen, sie haben sich noch nicht behalten, und nach einer langen Zeit sie ihr Dere gehalten, wie die Talmide, Herr Maggit, haben sie so gemacht. Er war in einer Götung im Karlin, die sich er zahleckte Woche, hat sich die Schuhe gebracht, 80 Dösen, Trischwein, Gemülen, verzahdicken, Gemülen gemacht. Er sagte, ich habe das gemacht. Das ist der Friede, der Schwer, er habe sich er zahleckte Woche gesucht. Auch in Bekoach, wenn jeden haben sie gefreit und aneck, was der Bauschente-Wallee gewinnt, ist er sich für jeden seinen Fünfvölker weg. Aber der größte Groening kann nur ihre Bianche wenden sich er zahleckte Woche, in er ist eine Schuhe, er hat so geschleppt. Auch gehärten, der Schiedim, der jünger Mann, der Jesu, er war sehr, er hat die Größe macht. Immer wissen, dass sie sehr gewinnt, der Eid, der gestanden beim Feier, er ist ein Stecken umgespracht. Und was mit dem Bischof ist geschehen, hat er es gemacht. Und ich habe dank dem, was er hat sich auf dem Bekoach gefunden, haben wir gewonnen. Weil nur er allein und er konnte aufweisen, dass Feind dieser Machash auf Niedertreffung gemein. So er hat die Welt und die falsche Mischiefen gewonnen. Die zweite Sache, die gestanden dann von Bauschem, ist es sehr fremd, man ist nicht zu leben in dem. Was sie gewinnt dann, und heimtisch, und von dem kein Sichern ist schwach. Ach, haben wir uns sagen, aber jeder Mitzel wird geschaffen am Malach der Guter, und jeder Avere, der Ruhe, der Anhalt der Guter. Und der größte Atum, der Avere, der die falsche Mischiefen um den Ruh gebracht, und er hat nur nur das Land für Ruhe, das letzte Mal Sitten gemacht. Seine Beschäftigten, ohne ein Guff, noch ein Geist, Aruach allein. Sie können werden, wie sie Größen sie erklären. Sie können sich verstehen, in welchem Gestalt sie tönen werden. Sie haben sie besetzt in die Niedische Häuser, auf dem Beidien im Keller, fliegen alle Nachtmach und Bälle, mit Geschreien und Gewalben bei den Menschen, die müssen sie kommt, ist hoch. Wir fliegen zu haben Menschen, die man vielleicht mehr nicht finden. Wir fliegen herangehene Menschen, die fliegen von dem Marokken Sinne. Wir fliegen zu haben Kinder, noch ein Gebührenbauten erweckligen, noch der Ruhe, noch ein Gebührenbauten erwecklen von der Welt. Es ist ein gewöhnlicher Geschrei, es ist ein gewöhnlicher Mensch, was sie benutzt mit sich. Es ist ein gewöhnlicher Geschrei, es ist ein gewöhnlicher Geschrei, was sie den Hommers so viel gelitten von sich. Was sie in der Vakodische, oder Herr, sehr geschrien genommen vertreiben sich. Bei der Dusche, hat sie gebrennt und zergracht, in der Schock auf die Zitzes, hat sie sich töten herumgebracht. Und hat sie die Hörner Meisse, wegen dem von Koyach und Heiligen Balschem.